So, heute habe ich mir gedacht, bauen wir uns mal einen kleinen Notenrechner für 10-Minuten-Abschriften. Ich habe schon Folgendes vorbereitet. Ich habe hier einmal eine Tabelle vorbereitet mit entsprechenden Zahlen. Wenn ich hier reinklicke, dann sieht man gleich, hier sind höchstens die dreistelligen Zahlen angezeigt. Bei 0,2 habe ich hier nur entsprechend 0,2 in der Bearbeitungszeile. Damit ich das angezeigt bekomme, kann ich allerdings hergehen, unter Schriftart, Zahlen und dann sage ich halt Dezimalstellen 3 und dann wird mir das entsprechend angezeigt. Normalerweise sind das Prozentangaben. Ich mache das jetzt allerdings als Zahl, damit wir hier nicht dann durcheinander kommen, hier bei der Fehlerberechnung. So, wir werden dann jetzt die Noten genau berechnet. Die Berechnung sieht so aus. Man sagt die Fehler mal 100 geteilt durch die Anschlagszahl. So, dann kommt hier ein Wert raus. 0,133. Und jetzt wäre es doch ganz gut, wenn man auch sofort die Note entsprechend dann ausgerechnet bekommt. Und das geht mit einem sogenannten S-Verweis. Keine Angst, hat nichts mit dem normalen Verweis zu tun. Also S-Verweis, Klammer auf. Jetzt wird gesucht. Was wird denn gesucht? Und zwar den Fehleranteil wollen wir haben. Strichpunkt. Dann brauchen wir eine sogenannte Matrix. Also da, wo man nachschauen kann, wo ist denn was zu finden. Das finden wir hier in diesem Bereich. Also von 0,000 bis 0,1 haben wir den Einser. In diesem Bereich müssen wir dann praktisch markiert haben. Strichpunkt. Jetzt wird mal nach dem Spaltenindex gefragt. Und zwar, was soll denn hier ausgegeben werden? Nämlich die Note. Also Spalte 1, 2, 3. Drum kommt hier eine 3 rein. Klammer zu. Und dann haben wir die entsprechende Note hier. So, wo wir jetzt aufpassen müssen ist, beim Runterkopieren, weil sich hier die Matrix entsprechend ändert. Also wir haben jetzt A2 bis C7. Und hier haben wir A3 bis C8. Das können wir nicht brauchen. Drum gehen wir hier nochmal hin. A2. Dann F4. Dann haben wir nämlich Dollar A, Dollar 2. Und wir brauchen hier noch Dollar C, Dollar 7. Und jetzt können wir das entsprechend runterkopieren. Und man sieht hier, da findet er gerade nichts. Und wenn wir diese Formel hier runterkopieren, da haben wir dann auch einen entsprechenden Wert. Drum machen wir noch Folgendes. Wir sagen einfach, wenn hier in dieser Zelle nichts drin ist, dann soll er hier auch nichts berechnen. Das machen wir mit einer sogenannten Wenn-Formel. Das bedeutet, ich bette jetzt diese Formel in eine Wenn-Formel ein. Also ich gehe nach dem Ist-Gleich hin, sage Wenn, Klammer auf, und dann sage ich, wenn hier Ist-Gleich, wenn da nichts drin ist, dann soll er auch nichts hinschreiben. Ansonsten kommt unsere Formel dran. Und dann muss ich die noch mit einer Zug-Klammer abschließen. Also das war unsere ursprüngliche Formel. Und die habe ich eingebettet in eine Wenn-Formel. C11 ist gleich, wenn nichts drin ist, dann soll er auch nichts reinschreiben. Ja, wenn jetzt hier auch nichts drin steht, dann wird auch hier nichts berechnet. Ich schreibe hier dann nochmal was rein. Genau. Und hier können wir es auch machen. Wir können also diese Formel in eine Wenn-Formel einbetten. Wenn, Klammer auf, wir sagen einfach dann, wenn bei dem Fehleranteil, das ist D11, wenn das leer ist, dann soll er nichts reinschreiben. Ansonsten kommt unser S-Verweis. Und jetzt müssen wir aufpassen. Aufklammer, Aufklammer, Zu-Klammer, dann fehlt noch eine Zu-Klammer. So, und dann haben wir hier die 2. Und wenn hier die Note fehlt, dann wird hier nichts berechnet. Und so können wir jetzt diese zwei Formeln entsprechend nach unten kopieren. So, jetzt haben wir noch Folgendes. Wir können nämlich diese Spalte als Datumsformat formatieren. Wir sagen hier einfach Datum kurz. Und wenn wir jetzt hier das Datum so eingeben würden und würden die Zelle verlassen, dann wird es automatisch als Datum formatiert. Wenn hier, sobald hier eine Fehlerzahl eingegeben wird, dann wird hier entsprechend berechnet. Machen wir 2000 geschafft, ein Fehler. Und hier machen wir 1800 mit zwei Fehlern. Und entsprechend rechnet er den Prozentanteil aus und die Note. Und jetzt habe ich hier noch was eingegeben, so Kontrollkästchen zum Anklicken. Ob sie gezählt wird oder nicht. Wo finden wir die? Die finden wir wieder, müssen wir noch einschalten, unter den Excel-Optionen, Menüband. Und hier haben wir ebenfalls die Entwicklertools ausgeblendet gehabt. Jetzt haben wir sie eingeblendet. Und hier finden wir auch unter Einfügen hier diese Kontrollkästchen. Die müssen wir hier entsprechend aufziehen. Den Text, den können wir entsprechend mit Doppelklick bearbeiten. Und mit einem Rechtsklick müssen wir die dann markieren und können die entsprechend verschieben mit den Maustasten. So, und dann ist die verfügbar und man kann sie entsprechend anklicken. Oder nochmal draufklicken, dann ist das Häkchen heraus. Und dann sehen wir auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal.